hallo und herzlich willkommen zurück bei aliens colonels marines und mit meinen kollegen shikamaru 918 beim letzten mal hatten wir uns ja denkt also wir haben uns von der so auf diese lakon aufgeschlichen oder auch gekämpft und haben uns auch wieder runter gekämpft ja und haben natürlich unseren guten kies verloren der ihnen natürlich in seinem inneren vom bauch wohl irgendwas explodiert ist ja ja und wir befinden uns jetzt hier vor einem weiteren tür mit unseren guten o'neill an der ecke und die ist der idiot hat den flugschreiber fallen lassen ja echt mal hier kies gibt es keinen seligen schein ich mache mal die tür auf das sieht mir aus wie so eine gummizelle ja wir können mal eine wand springen schöne dusche wie auch das sieht das sind kommando zentrale naja irgendwie ich habe hier frachtraum auf mein radar das ist kein labor wie sie das irgendwas da steht wo er jetzt mal richtig geil da war ja gut guck du mal das an hier diese ganzen flätskrieg 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 ja also wir müssen zum frachtraum ja dein pech wirst du schmiss dich gerne haben wir sind im arsch ich habe was auf dem radar und das gar nicht wenig ich habe angst kann ich eigentlich meine waffe wechseln ich bin nicht sicher wie ich dort hinkomme sie allein sind jetzt versuchen sie es auch noch mehr gefangen kommst du die knarre ist nicht weg du hast die anzeige drauf das war ein kleiner abschnitt wo wir durchgegangen ist wurde die knarre nicht angezeigt wurde das ging gerade nicht mit dem für den nahkampf ja ein feind zu nahe kann ihnen ein guter kam angriff zurückwerfen und für kurzer zeit beträumt hier oben ist noch so ein bisschen moni für mich und dabei zu trocken nachladen scheiße 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 verdammt sagt ich bin da ich bin da keine panik keine panik gibt es da auf dem gelände das schwarz gewesen ich sehe hier überhaupt gar nichts doch ich ja das ist da oben ja wo da oben ach da getroffen gespätet so wo ist O'Neill keine ahnung der ist noch ein weiterer Typ oh scheiße wo ist der der ist tot der ist tot ich habe gerade von links irgendwie schaden bekommen ja weil der umher gesprungen ist ach so die sau sichern scheiße also er kann jetzt hier von unten aber ich habe nur noch ein schuss scheiße keine moni mehr also ich muss die auch einstecken so so was haben wir hier schönes hier ist nichts mehr cool hier ist nichts ok ist mehr oh was acht shells nur noch ist er scheiße so wo ist also ich bin ein bisschen out of money also hast du keine moni mehr so ich ein bisschen nur noch also ich hatte oh was ist jetzt los was los gerade auf dem Radar zeigt mir jetzt was an und ich hatte gerade so Art ja wie nennt man das oh ich habe Angst was lang ach du scheiße schieß 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 ach scheiße nein 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 geh runter von mir geh runter von mir geh runter von mir bis hin headshot Alter das sah eben aber geil aus alter und ich bin hier wieder voll am hier 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 sind ach so hier ist munition cool hier ist muni nehmen die muni schießen sie eine spezialprojekt ab in dem sie legendäre waffen aus dem aliens film erkundungsmarken und audiologen halten sie die tasse gedrückt und freizuschalten schießt dass die munition schon eingesammelt habe ich eingesammelt ich bin voll munition also ich dachte ich dachte man andere nein ja ich drücke auch gleich die rute lampe mein freund ah scheiße das vieh ist zerstört jawoll nicht dass uns hinter uns ein ach ne hinter uns ist ja nichts ne ne da sind es zum türen oha da kommen sie durch wa ja ist da was hier ist nix mehr gut dann lass uns ohne hinterher oh guck mal hier ist eine waffe oder was ist das oh hast du gerade eine gerade geworfen ne das waren äh ich habe gerade auf äh sauerstoffflaschen geschossen wie geil oh da habe ich noch ein bisschen muni für meinen shotgun oh voll ist voll ja warte mal ich muss ein muni nix verkommen lassen hier könnte sonst schlecht werden müssen wir jetzt hier wieder raus weiß ich nicht ne hier ist noch was der ist weg ne der war noch nicht ganz weg der hat noch gezappelt eben ach der lag doch schon auf dem boden unter uns was unter uns aua 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 hilfe 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 wieso greifen wir hier immer weg an die misstrappen seht ihr noch oder ist er schon tot ha 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 alter noch so ein schlag und ich bin weg echt ja scheiße und hier gehen wir aus dem schuss wach du penne ja glaubst du du scheiße ne ne so was hat das oder nicht irgendwie träumen die juli steht hier vorne komm oh nil ja du siehst nicht ganz rosig aus wie ich mal so anmerken darf ja also ich hab schon bessere Tage hinter mir sterb nein daneben alter die Viecher klettern hier unter uns ja sind die jetzt weg oder nicht ne der kommt bestimmt hier gleich von hinten lang gelaufen der ist nicht tot der krabbelt hier unter uns irgendwo ach da ist er ich seh ihn los komm raus du scheiß Vieh da ich hab ihn gesehen Alter genau da geht er ich seh nix mehr ist er tot oder nicht ich weiß das nicht da ist er jetzt ist er tot guck mal meine Fresse jetzt kommt auch O'Neill angehüppelt hier ja die feige sau echt scheiße scheiße alter Drecksvieh an der Decke saß er gerade eben Xenon oh scheiße das ist immer kacke mit diesem wenn die Viecher verdampfen oder so ja ja weiß nicht ob das ja die Tür ist zu okay die Tür ist zu dann müssen wir hier abbiegen ja oh 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 was na die hast du ja dazu gemacht ne ja weil du gesprungen bist wie weil ich gesprungen bin hab mich hier doch erschrocken du bist aber leicht schreckhaft irgendwie ne oh ich leg noch Muni ich brauch Muni jetzt ah hier also ich bin voll ja ich brauch ich hab nämlich nicht mehr oh hier ist auch ein so so haben wir noch irgendwas ist hier noch was auf jeden Fall ich hab nix auf dem Radar so wie es ausschaut ich hab auch nix auf dem Radar so lass uns mal hier wir sind und jetzt steht da hinten immer noch dumm rum echt lass uns mal hier erkunden hier vorne ja oh ich hab hier hier ist ein Medipack wo bist du äh ja ich brauch ein Medipack jetzt ein Medipack also ich hoffe mal dass du das auch sehen kannst ja nimm das mal so oh jetzt bin ich wieder puh oh ich wurde auch irgendwie geheilt komischerweise das scheint wohl denn für uns äh ich hab ne ich hab ne legendär Waffen-Shotgun eingesammelt echt ja die hab ich grad in der Hand cool na ja ja da steht text drauf irgendwie so eine initiale drauf geritzt ne ja weil wir mal irgendwie hat irgendwie wo doch wo haben wir nicht gerade dieses komische komische wo kann man noch mal das licht einschalten äh auf x auf x siehst du einfach pro x siehst so cool he he so und dann haben wir da noch hier irgendwie haben wir hier nix mehr weil es ausschaut aber hier ist nix mehr hier ist auch alles zu da kommen wir nicht durch und hier sind wir von hier gekommen oder ja irgendwie sind wir von hier keine ahnung davon da sind wir nicht gekommen wir sind von hier gekommen wo O'Neill auf dem Radar zu sehen ist und da müssen wir jetzt mal lang gehen gucken geht das hier ach du scheiße da ist eine O'Neill ist auch wieder da cool hinter dir hinter dir was wo scheiße wo uns hat Fee der krabbelt wieder unter uns der krabbelt wieder unter uns oh 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 ich hör ja was hier schon wieder scheiße alter alter sterb Mist Fee sau so noch ein Schuss im Kopf Alter hier ist noch einer bei O'Neill da ist noch einer hinter dir oh 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 alter leck mich am Arsch ja wir mussten ja auch unbedingt auf ne schwer spüren hinter dir hinter dir alter mich hat's erwischt der war hinter dir und hat mich angesprungen achso ah du kannst mich wiederbeleben das ist schön cool oh ich hab nen Titel ich bin so ich bin noch nicht fertig ich hab nen los schnell rein hier komm mir nach alter kommst du ach danke haha war knapp war knapp cool ich hab mal schiefen gekriegt ich bin noch nicht fertig ach du scheiße hinter uns alter der lebt aber noch oder da kommt noch mehr da kommt noch mehr da kommt noch mehr ich schieße grad voll aufm Kopf ey so schnell in die rein lebt noch jetzt wird er weg der hat noch gezuckt der hat noch gelebt der ist gerade noch mal aufgestanden macht Tür zu Gott hier ist Rüstung hier ist Rüstung brauchst du was? ja auf jeden Fall ich brauche eine ja alter Verwalter ey also äh das Spiel ist eine ne Gerechtfertigkeit wert ja so wollen wir hier eine Pause machen oder? ja wir machen jetzt hier an der Stelle wieder eine Aufnahmepäuschen ja 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 ich geh mir erstmal den Schmand aus der Hose bewischen ja genau und Schlüpper we- und Schlüpperchen wechseln und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn es heißt Let's Play Together Aliens äh Korlo Hens Marines bis dann